Der hat gesagt, er sieht ein bisschen aus wie Ryan Gosling. Ist ja auch aus wie Madonna. Was, wenn das scheinbar natürlichste der Welt, das Kinderkriegen, zu einem Kraftakt wird? Wie verändert das eine Liebesbeziehung? Nichts, nichts. Was machen wir denn jetzt? Wir können auch morgen was essen gehen. Es war schön, ihre Verliebtheit zu sehen. Und ich war neugierig, wie sie diese leichte Liebe trotz der Gewichte an den Hosenbeinen leben. Zwei, drei. Wir sind einfach echt auch schon verdammt alt. Das ist jetzt keine traumglückliche Familie im Kinderbuch. Das ist jetzt keine, wo, weißt du, das ist es nicht. Wie lange kann man an einem Wunsch festhalten? Ich schwankte vom Gynäkologenstuhl, wo es klar war, dass es nicht mehr, nicht mehr lebt. Da war der spontane Ausspruch von Maria. Dass wir es nochmal machen. Ich schwankte von Maria. Das ist nicht mehr so, wenn die Kinderkriegen, die Kinderkriegen aufzuwärten. Das ist ein bisschen zuir. Das war's mein Liebesbund. Fertig. Vielen Dank.